Beginnt der August so schön, wie der Juli aufgehört hat? Zumindest mal was die Aktienmärkte angeht, war es ja gar nicht so schlecht. Der DAX, den sehen wir hier, der ist nicht so übel unterwegs gewesen und hat damit so mehr oder weniger diese beiden Zonen erreicht, die wir mal angesprochen haben im 4-Stunden-Chart. Das ist der Index. Wir können es nochmal kurz aufrufen. So die erste Zone ist also eine vorläufige Zielzone eben. Die ist leicht überschritten. Die andere, die hat er knapp noch nicht erreicht. Wir werden sehen, ob er die noch erreicht. Das können wir uns gleich im kleineren Chartbild nochmal angucken. Aber bis dahin alles super. So, jetzt ist aber die Frage, geht es dann weiter? Ist die Chance gut, dass der Kurs sich weiter fortsetzt? Aus meiner Sicht wäre jetzt allemal Pause angesagt. Noch nicht notwendigerweise in diesem Moment, aber zumindest mal so ein bisschen. Also wir werden uns das angucken. Die Aufwärtsseite zumindest mal nicht so schlecht bis dahin. So, jetzt gucken wir mal tatsächlich im Nahkampf-Chart, denn mit dem Index-Update am Nachmittag wollen wir ja gucken, was können wir tatsächlich da tun. Und im Moment geht es schubmäßig runter. Ziemlich deutlich. Wir können mal gucken. Auch der DAX-Future natürlich hier als entsprechendes Handelsinstrument ist ein gutes Stück nach unten gekommen. Also wir sind noch zu früh für die eigentliche Zielzone, die ja so um die 13.650, haben wir mal gesagt, plus minus liegt. Wir haben aber bisher nur die 566 gesehen. Also die frühen Zielzonen, die haben wir erreicht. Aber die Lieblingszielzone, wenn man so will, die eigentliche, da wo ganz viele Widerstände im Weg lagen, bei ungefähr wie gesagt 13.650, ein bisschen höher reichen, bis über die 700 knapp noch. Kann auch ein bisschen tiefer sein, bis niedrige 600. Aber wie gesagt, die haben wir noch nicht ganz gesehen. Deshalb die Frage, schaffen wir die noch? Im Moment würde ich mal sagen, wir sind sehr steil auf dem Weg nach unten. Und das ist etwas, was ich gerne mag. Nicht unbedingt, wenn ich long bin natürlich. Aber das ist etwas, was wir als Eyecatcher eben nennen. Das heißt, eine starke Bewegung nach unten. Und wenn der Kurs als nächstes nur noch wackelig nach oben käme, da ist noch keine Andeutung, dass es so ist. Guckt mal hier, da ging es auch steil runter. Oder hat er hier gewackelt? Vielleicht sogar. Aber er hat nie getriggert. Also keine Chance für die Short-Seite. Also insofern, den ersten Teil, den hat er gemacht, schnelle Abwärtsbewegungen, wackele ich hier nach oben. Das ist jetzt nur ein Angebot. Das ist jetzt keine Ankündigung, hey Leute, so passiert das jetzt als nächstes. Aber wenn das passiert, es ist so augenfällig, dann haben wir die realistische Chance, wenn er diese Zwischentiefs reißt, dass sich das Ganze, was wir hier als erste Welle hatten, denn der Kurs kam ja von unten, da hinten nochmal fortsetzen. Im Sinne Dynamik, Korrektur und Dynamik hinten dran nochmal. Also schöner kann man es eigentlich nicht haben wollen. So, das wäre natürlich für die bullische Seite erstmal nicht so doll. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, auch innerhalb dieser Aufwärtsbewegung, dann lasse ich ihn doch in Gottes Namen nochmal hier runterfallen auf 13.400. Das ist ja noch nicht irgendwie da gar aus für irgendwelche Aufwärtsbewegungen. Ich mache mal hier alles weg nochmal. Dann haben wir halt hier so eine erste Pause, dann eine starke Bewegung. Dann machen wir halt hier nochmal irgendwie eine Pause. Und danach ist noch alle Zeit der Welt, um den Anstieg dann eben auch zu vollziehen. Also, ohne jetzt das da drüberliegende Chartbild nochmal genauer anzugucken, zumindest mal im Augenblick ist die Gefahr da, dass es die nächsten Stunden noch weiter, vielleicht sogar Tage, entschuldigt, nochmal weiter nach unten geht. Die Chance sehe ich auf jeden Fall. Nämlich immer dann, wenn es schnell nach unten geht. Wichtig allerdings, genau hingucken. Nicht jetzt vor lauter Begeisterung oder Panik gleich jetzt hier auf die Short-Seite wechseln. Dann sollte die Gegenseite, das ist ganz wichtig, korrektiv sein. Also eine schnelle Bewegung ist das eine, die andere sollte aber dann entsprechend zeigen, nee, nee, das ist nicht die starke. Ist das der Fall und bricht der Kurs dann die Unterseiten, dann haben wir eine realistische Chance, dass ich das eben einmal noch fortsetze. Und dann wären wir vielleicht wieder hier unten. Was ich nicht so schlimm finde, das ist eine normale Bewegung, normale Rücksetzer, das mögen Kurse ganz gerne, mal so auf alte Zwischentiefs nochmal zurückfallen. Und dann kann man von dort eben dann sagen, dann holen wir uns nochmal den letzten Arm. Was ich hier angedeutet habe, ist nur ein Beispiel, ist nur so, wie es aussehen kann. Also bitte jetzt nicht sagen, das hat er so schön gemalt, genau so wird es jetzt kommen. Es würde mich nicht wundern, wenn es so ist, weil es eben ein klassisches Bild ist in den Verlaufsmustern. Aber es ist natürlich nicht ganz sicher, dass es genau so aussieht. Aber wenn wir diese Verhaltensmuster haben, dann haben wir eine klare Handelsidee, wie wir damit umgehen können. Also für die nächsten Minuten oder Stunden vielleicht mal gucken, ob es hier wackelig hoch geht. Dann haben wir eine relativ realistische Chance, dass wir an diesen Zwischentiefs nochmal ein Zwischenschort initiieren können. Denkt immer dran, vorne die erste Welle ist dann nach so einer Korrektur, wenn die so ein bisschen mittlere Größe hier hat, dann nachher die Fortsetzung nochmal nach unten. Wäre eben das typische Bild. So, gucken wir mal nach Amerika, ob es da auch so aussieht. Und da haben wir zumindest mal hier im 5-Minuten-Chart ebenfalls jetzt eine starke Abwärtsbewegung. Wir hatten hier vorne schon mal so eine, da war hier so ein bisschen gegenmäßig. Na gut, lassen wir es mal so im Raum stehen. Aber nächster Schub, nächste Chance. Also achtet darauf, ob wir diese Wackeligkeit hier bekommen. Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, besteht die Chance, besteht die Sorge, dass der Kurs noch ein gutes Stückchen weiter runter geht. Korrekturen ähnlicher Art wie diese hier. Und wenn es nicht so eine ist, sondern irgendwie eine A, B, C, denkt immer dran, so halbwegs mittlere Größe spricht sehr gerne für eine vorläufige Fortsetzung erstmal nach unten. Es ist aber noch nicht ganz schlimm, denn in Amerika zumindest mal ist das, was wir hier als Abwärtsbewegung haben, ja auch noch eine klassische wie dreiwellige Korrektur. Und wir wissen, dreiwellige Korrekturen sind sehr gerne eben Counter-Trend, da die abwärts ist. Gegen Trend, also guckt das euch hier an, ist nahezu das Gleiche. Wir haben also eine ernsthafte Chance, dass es hier gar nicht wackelig hoch geht, sondern dass es hier sogar jetzt steil hoch geht. Deshalb ist es so wichtig. Viele sagen dann, ah, das muss ich doch vorher wissen. Naja, das seht ihr ja dann. Wenn es wackelig hoch geht, das ist auffällig. Schaut euch mal sowas hier in die Richtung an oder von mir aus hier auch das da. Wenn es nicht wackelig aussieht, ja, das ist nicht wackelig. Das sieht doch nicht wackelig aus hier. Also sprich, wenn der Kurs jetzt eine solche Gegenbewegung macht und andersrum dann ins Straucheln kommt, letztlich ist das hier im klitzekleinen genau das Gleiche hier. Zack, dann ist das eher die Fortsetzung nochmal in diese Richtung. Immer so dreiwellig, wenn das gebrochen wird, das sind häufig oder irgendwie so mehrfach wackelnd, dann ist das ein Zeichen, ein bisschen was geht noch. Natürlich, wenn das nicht die erste, sondern die x-te Welle schon da oben ist, dann muss man nicht damit rechnen, dass es exakt gleich lang da hinten ist. Das gilt immer für die erste grundsätzlich. Also wenn das die erste ist und dann kommt der wackelig runter, Brüche, gleiche Länge nochmal, plus x oder vielleicht eben auch nicht. Natürlich, aber das kann ich dann hier entscheiden, ob ich Gewinne mitnehme. Im Zweifelsfall, also ich bin Gewinnmitnehmer, ich finde das immer klasse. Einfach da rausgehen und sagen, was ich habe, habe ich. Wenn man sagt, aber schade, wenn er dann weiterklettert, ist ja auch doof. Ja, dann behaltet die Position oder schließt nur die Hälfte, nehmt nur die Hälfte der Gewinne mit und zieht den Einstiegsstopp, wo auch immer ihr ihn hinlegt, ob ihr eine enge Variante habt oder ob ihr eine weitere Variante habt, ungefähr auf den Einstieg nach, dann kann euch eh nichts mehr passieren. Und wenn er schon sehr weit gelaufen ist, wie hier, kann man vielleicht ja auch schon ein klein bisschen höher. Als Orientierung hilft dann ja diese Größe nochmal, dann weiß man ungefähr, wo man den Stopp hinsetzen kann. Also ihr seht, das ist jetzt nur exemplarisch. Viele wünschen sich immer, sag doch mal konkret, ja was soll ich denn konkret sagen? Es ist ja noch nicht mal das da, dann kann ich euch doch konkret hier noch keine Levels nennen. Aber ich denke, es ist nachvollziehbar. Ich hoffe zumindest mal, dass es nachvollziehbar ist. So, das alles Entscheidende jetzt für die nächsten Stunden ist, wackelt der hoch, orientiert euch vorzüglich short, weil das die starke Richtung ist und das ist eine Counterbewegung. Dreiwellig ist immer eine andere Form der Korrektur, ebenfalls wackelig und Countertrend mäßig. Kriegen wir jetzt sowas dagegen und umgekehrt, ganz wichtig, wackelig in die Richtung. Welche Richtung handelt ihr? Naja, so wie hier eben eher die Aufwärtsrichtung. Ihr könnt auch immer so im Trendkanal, das mache ich nicht so gerne als ein Entscheidungskriterium, aber man sieht dann zumindest mal, in welche Richtung das starke und das schwache Bild ist und dann könnt ihr euch an diesen Zwischenhochs orientieren und sagen, hier gehe ich halt auch rein, meine Güte. So, also ihr seht, der amerikanische Markt ist da noch nicht ganz so entschieden. Noch ganz kurz im Hinterkopf, wir sind hier oben durch, also das ist eher ein gutes Zeichen. Ich wollte eigentlich schon am Wochenende, ihr hört es, ich bin noch ein bisschen, naja, ich bin Corona-positiv, deshalb bin ich ein bisschen eigenartig, stimmlich auch, klingt sicherlich, ich hoffe, das ist eigenartig, klingt nicht, dass ihr sagt, das klingt doch immer so komisch. Naja, auf jeden Fall bin ich noch nicht dazu gekommen und es ist eigentlich noch einen Tag oder zwei zu früh, dann würde ich gerne in meinem Update-Video eine Nummer größer mal für euch machen, aber wartet da eben noch ein, zwei Tage darauf, dann kann man hier vielleicht etwas mehr sagen. Im Moment halte ich es für sinnvoll, eher auf diesen kleineren Ebenen diese Orientierung zu haben. Das Große habe ich euch ja schon mal grob vorgeschlagen, ihr seht ja hier die Zeichnung und Details, ob es jetzt über dem Berg ist oder nicht. Ich vermute, kriegen wir vielleicht heute, morgen, ja heute vielleicht nicht mehr, morgen, übermorgen, werde ich euch dazu ein Video vorbereiten, auch für das große Bild, wieder keine Sorge, ich lasse euch damit nicht hängen, aber es muss noch ein bisschen mehr was können, sonst bringt das noch nichts darüber zu sprechen. So, S&P, ebenfalls ja gar nicht so schlecht die Voraussetzung, auch hier gilt aktuell dieses Bild, wenn er jetzt den Popo hochkriegt und irgendwie sowas macht, klasse, dann kann man sagen, naja gut, war halt irgendwie mal eine kleine Pause in der Aufwärtsbewegung und jetzt geht es weiter. Stichwort hier, allerdings, solange es eher wackelig oder dreiwellig hoch geht, nicht auf die Longseite wechseln, unbedingt nicht, insbesondere nicht, wenn er dann solche Tiefmarken dann entsprechend triggert, dann geht es halt noch mal tiefer. Auch da gilt, ähnlich wie ich es beim DAX gezeichnet habe, ja meine Güte, dann geht er da halt noch mal runter, 4080, 4060, irgendwie sowas in Richtung, sind doch keine Größenordnungen. Meine Herren, dann ist es halt entsprechend so. Ihr könnt euch immer auch ein bisschen orientieren, wie lange war ein vorheriger Rücksetzer beispielsweise, dann habt ihr da auch noch mal Marken und idealerweise bleibt er überlappungsfrei. Also was ich nie mehr so toll fände, wenn er so die 4018, also 4018 oder 15 durchstößt von oben, da muss man sich die Frage, was soll das, warum geht er da jetzt noch mal in die Überschneidung? Je weniger Überschneidung er hat, hier hat er es zum Beispiel auch gerade hingekriegt, Rücksetzer hat nicht mit diesem hier überschnitten, ob die jetzt wirklich zusammengehören, aber je weniger Überschneidung, desto überzeugender ist es. Also Rücksetzer plant einfach mal mit ein, zu tief sollte es nicht sein, vielleicht die 4050 mal, also 4040 vielleicht, spätestens dann die 4015, sollte man vielleicht nicht mehr überschneiden, solange wir da oberhalb bleiben, hey, alles safe. Selbst wenn er da drunter geht, ist es noch nicht zwangsweise, dass die Aufwärtsbewegung zu Ende ist. Es gibt noch andere Szenarien, dass er auch noch mal bis hierhin gehen kann, also 3950, aber bleiben wir mal im Moment, dass er das idealerweise gar nicht mehr durchstößt, sondern korrektiv seine Abwärtsbewegung macht, sprich dreiwellig oder möglichst wackelig. Abschließend, das sagt noch mal, Entschuldigung, ihr seht, das Bild ist aber nahezu identisch, wir haben es ganz häufig angesprochen. Ich habe es jetzt hier en detail erklärt, den Rest probiert selber mal aus, zeichnet mal selber ein bisschen ein, dann könnt ihr rumexperimentieren. Alleine das Zeichnen schult euer Gehirn, schult eure Augen, so sieht das aus, hat er ja recht. Also, ob ich recht habe, weiß ich nicht, aber so sieht das nämlich aus, so wollte ich damit sagen. Also, insofern, dafür drücke ich euch die Daumen, dass ihr den Spaß und natürlich den Erfolg damit dann heute im Laufe des Tages noch habt. In diesem Sinne euch alles Gute, bleibt gesund, tradet erfolgreich, bis zum nächsten Mal.